In der Türkei gibt es drei Personen aus der Oberschicht und Politiker. Alle drei sind geeignet, Führer der Türkei zu sein. Mit Allahs Erlaubnis werden sie erfolgreich sein. Erster ist Süleyman Soylu. Voraussetzung für die Person, die die Führung in der Türkei übernimmt, ist der Besitz bewaffneter militärischer Kraft. Ibn Khaldun sagt, dass Staaten mit Macht gegründet werden. Unsere Vorfahren sagen, dass die Herrschaft in Ägypten den Siegern gehört. Während des Putschversuchs gegen Erdogan war es von Vorteil, dass er über bewaffnete militärische Kräfte verfügte. Die Aktivitäten von Süleyman Soylu und den Spezialeinsatzkräften hatten auch diesen Putschversuch vereitelt. Süleyman Soylu war Innenminister und hatte die Kontrolle über die bewaffneten und regulären Kräfte im Land. Er erfüllt die erste Voraussetzung für die Übernahme der Führung, die Kontrolle über die bewaffneten und regulären Streitkräfte. Er kann alle Kräfte, die Waffen besitzen, unter Kontrolle bringen. Er hat auch die Fähigkeit, alle rebellierenden Gruppen zu stoppen. Daher erfüllt Süleyman Soylu diese Bedingung und genießt auch die Unterstützung des Volkes. Zweitens. Voraussetzung für den Kandidaten. Mut, Risiken einzugehen und sich in Gefahr zu begeben. Er sollte mutig sein wie ein Löwe, der bereit ist, sein Totenhemd anzuziehen und keine Angst hat. Sultan Alpaslan hat dies vor der Schlacht von Malasgirt getan, indem er sein Totenhemd angezogen und das Schlachtfeld betreten hat. Süleyman Soylu zog sein Totenhemd an und ging zum Fernsehgebäude, von dem aus die Erklärung des Putsches verbreitet wurde, in der Putschnacht. Sie stürmten das Fernsehgebäude, übernahmen die Kontrolle. Süleyman Soylu hat diese Prüfung mit großem Erfolg bestanden. Die dritte Voraussetzung, die ein Anführer erfüllen muss, ist, dass er von der Quraysh-Gruppe Partei sein sollte. Verstanden? Die Quraysh-Gruppe ist eine politische Theorie von Ibn Khaldun, die besagt, dass ein Anführer eine starke Einheit haben sollte. Im Fall von Muawajin waren es die Menschen von Damaskus. HZD in Abu Bakr's Fall handelte es sich um die Quraysh-Gruppe oder Stamm. Warum war HZD Ali in seinen Kriegen nicht erfolgreich? Keine Gruppe. Irak-Gruppe zerstritten. Eine Gruppe muss definitiv dahinter stehen. Osmanische Dynastie unterstützte das Osmanische Reich. In jedem Land der Welt sollte es eine starke Gruppe geben, die von der gesamten Bevölkerung gehört wird. Das war schon immer so. Nach dem Tod des Propheten, Friede und Segen sei auf ihm, versammelten sich die Gefährten, um einen neuen Kalifen zu wählen. Einige Gefährten schlugen verschiedene Namen vor, aber Hasrat Abu Bakr antwortete, nein, das Kalifat liegt bei den Quraysh. Araber hören nicht auf jemanden außer Quraysh und gehorchen ihnen nicht. Kein arabischer Stamm akzeptiert einen Kalifen oder einen anderen Staatsführer. Die gesamten Umayyaden und Abbasiden gehören zum Quraysh-Stamm. Obwohl die Abbasiden-Armee zuerst eine persische Armee und dann eine türkische Armee war, blieb der Kalif bei den Quraysh. Hier war die Frage, ob der Kalif von den Quraysh stammt. Das Geheimnis der Quraysh war, dass sie wie die Backenzähne waren, die Quraysh aßen und ernährten. Der Stamm der Quraysh war wie die New Yorker Börse und Geschäftsleute von heute. Er war genau wie sie. Sie lienen den Menschen Geld und bewirteten sie. Der Stamm der Quraysh war ein Handelsstamm, der in Oman, Jemen und Damaskus den anderen Stämmen überlegen war. Sie bewirteten die Menschen, empfingen Gäste und genossen daher das Vertrauen aller Araber in das Wort der Quraysh-Familie. Deshalb zwischen Ali und Muawiyah Krieg ausbrach, gingen 400 Gefährten zur Schlichtung, um den Kalif zu bestimmen. Amr ibn al-Az, der Muawiyah vertritt, sagte, ich akzeptiere Ali nicht als Kalifen. Abu Musa al-Azshari, der Ali vertritt, stimmte zu und schlug vor, einen neuen Kalifen zu wählen. Abu Musa al-Azshari wählte Abdullah bin Oma als Kalifen, einen großen Gefährten und Vertreter der Quraysh-Städte. Amr ibn al-Az sagte ihm sehr wichtige Worte. Nein, diese Verwaltungsaufgabe gehört jemandem, der Backenzähne hat und andere Menschen füttert. Der Herrscher hat Macht. Rebelliert man gegen ihn, sollte er die Macht haben, ihn zu bestrafen. Gleichzeitig sollte er auch denen, die ihm zuhören und gehorchen, Vermögen geben. Ibn Khaldun sagt, dass Staaten durch Soldaten, Soldaten durch Geld und Wohlstand in der Zivilisation, durch Wirtschaft aufrechterhalten werden. Das erfordert, dass er von der AK-Partei ist. Die AK-Partei ist eine Rückgratstruktur. Ich nenne es die Quraysh-Gruppe der Türkei. Deshalb sollte der Präsident dieser Partei, Süleyman Soylu, angehören. Beliebter Name. Kommen wir zur vierten Bedingung. Man sollte mit Menschen kommunizieren und überzeugen können. Das ist eine wichtige Bedingung. Ein Führer muss über eine fließende Rede verfügen, um die Gedanken zu kontrollieren. Dies geschieht mit diesen beiden Dingen. Durch das Lesen von Geschichte, dem Koran und Religionen entstehen sie. Man sieht jemanden, der sich auf Medizin oder Ingenieurwesen spezialisiert hat, aber sehr intelligent ist. Obwohl intelligent, ist seine Redegewandtheit schwach, da er keine ausreichenden Kenntnisse in Geschichte hat. Management und Geschichtswissen sind eng miteinander verbunden. Die aktuelle Politik wiederholt die Geschichte. Die Politik, die wir gerade umsetzen, ist eine Wiederholung historischer Fakten. Wir wiederholen also dieselbe Geschichte wie jemand, der vor 100 Jahren als Kind lebte, dann jung war und schließlich starb. Suleyman Soilou ist jemand, der trotz des Fehlens eigener Medien über Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Zum Beispiel sehen wir hier einen Twitter-Account mit 7 Millionen Followern. Schau mal. Wenn du dir das Bild genau ansiehst, wirst du sehen, dass ein Kind neben ihm ist. Er kann auch mit jungen Menschen kommunizieren. Auf Instagram hat er 4 Millionen Follower. Mir gefällt die Zahl nicht, sie sollte höher sein. Auf Facebook hat er 1,4 Millionen Follower. Um ehrlich zu sein, das ist eine schwache Zahl. Ich habe nicht auf TikTok geschaut. Eigentlich müsste ich auch mal bei TikTok reinschauen, um zu sehen, was dort los ist. Dennoch bleibt Suleyman Soil weiterhin der Name auf höchstem Niveau in Bezug auf die Fähigkeit, in den sozialen Medien mit Parteiführern zu kommunizieren. Angenommen, ich bin ein brillanter, großartiger Mensch. Als Binali Yildirim in Istanbul Kandidat war und verlor, geschah es. Erfolgreich, großartig, kommunikativ, schwach. Er hält täglich in einer anderen Stadt eine neue Rede, um Geschichte und islamische Bildung zu bewahren. Suleyman Soilu hat eine große Beliebtheit bei jungen Menschen. Ja, meine Kinder gehen auch zur Schule. Ich bitte sie immer, ihre Meinungen über Soilu und Imamoglu an ihre Schulfreunde zu fragen. Wir sollten die Charaktere nicht aus unserer Sicht, sondern aus der Perspektive der Jugend betrachten, okay? Der Grund, warum AK-Partei Wahlen in Istanbul, Ankara und anderen Städten verlor, ist dies. Präsident der Türkei betrachtete Angelegenheit aus eigener Perspektive. Das bedeutet, dass es in Istanbul eine Schildkröte geben könnte. Daher müssen wir eine Million Wohnungen bauen. Wer kann das tun? Er dachte an Murat Kurum oder Binali Yildirim, aber die jungen Leute nicht. Zum Beispiel sehen wir hier, dass Suleyman Soilu ein Foto macht. Siehst du, das ist also die Klugheit von Suleyman Soilu. Er hält das Telefon selbst und unsere Mutter macht ein Selfie, schau mal. Er beweist soziale Intelligenz, zum Beispiel indem ein Student ein Foto mit ihm macht. Ein deutlicher Hinweis darauf. Der Unterschied zwischen dem talentierten Menschen und Staatsmann Suleyman Soilu und vielen angesehenen Persönlichkeiten und kompetenten Menschen in dieser Partei scheint geradezu so zu sein. Beide bauen starke Autos. Aber Suleyman Soilu findet jemanden, der dem Auto eine attraktive Farbe verleiht. Er weiß, wie er es finden wird. Der andere hat ein sehr starkes Auto gebaut, aber die Person, die das Auto lackiert hat, hat den Lack falsch aufgetragen. Das ist schlecht. Die Farbe blättert ab. Das sind sehr einfache Themen. Er hält das Telefon und macht ein Foto. Es macht jedoch einen sehr großen Unterschied. Erdogan hat die türkische Armee zur stärksten Armee der Welt gemacht, indem er erfolgreich Flugzeugträger, U-Boote und Flugzeuge gebaut hat. Aber ist dies für junge Menschen wichtig? Für einen Staatsmann, der für junge Menschen wichtig ist, ist es wichtig, das Telefon so zu halten. Suleyman Soilu ist sehr kommunikativ. Von jungen Leuten sehr beliebt. Ich bitte Sie, diese Videos an Ihre Freunde zu senden. Wir möchten, dass diese Videos verbreitet werden, weil wir die Türkei retten wollen. Wir möchten nicht, dass sich die Katastrophe aus der Zeit von Sultan Abdulhamid wiederholt. Als ich die Gründe für den Fall von Sultan Abdulhamid untersuchte, sah ich, dass es nicht das Komplott der Freimaurer war. Sultan Abdulhamid war zögerlich, Entscheidungen zu treffen, weil er Angst vor Problemen mit Europa hatte. Die Wahrheit ist. Sultan Abdulhamid sagte immer, Europa würde mir Probleme bereiten und äußerte seine Angst vor Europa. Sagte jedoch nicht, nein, wir gehen unseren bekannten Weg. Später breiteten sich Alkohol und Unzucht aus. Ich sprach über Rizanur, der später Gesundheitsminister wurde. Er war während der Zeit von Sultan Abdulhamid ein Universitätsdozent. Er sprach über die Verderbtheit der Bildung und Jugend, die Verbreitung von Alkohol, Zina und Obszönitäten und vielem mehr. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Süleyman Soylu über Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Und nun kommen wir zur zweiten Person. Er ist ebenfalls ein hochrangiger Staatsmann und ehemaliger Leiter des türkischen Geheimdienstes, Hakan Fidan. Hakan Fidan erfüllt die erste Bedingung, die Fähigkeit, reguläre Streitkräfte zu kontrollieren. Er hat den Geheimdienst erfolgreich geleitet und erfüllt die zweite Bedingung, da er Offizier in der Armee war. Dies umfasst das Management von Krisenzeiten und die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Am Tag des Militärputsches trug er sein Leichentuch und sagte seinen berühmten Satz Kampf bis Tod. Aber es gibt auch Bedingungen, die Hakan Fidan nicht erfüllt. Zum Beispiel ist er noch kein Mitglied der Kurisch-Gruppe, also kein Mitglied der AKP. Zum Beispiel. Angenommen, ich führe heute eine Wahlkampagne, reicht es aus für die AKP, Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung zu kandidieren? Es sollte eine ideelle Bindung geben. Und diese ideelle Bindung sollte bestehen bleiben. Die Wahlvorbereitungen beginnen Jahre im Voraus. Es ging nicht darum, wen wir jetzt als Präsidentschaftskandidaten vorschlagen werden. So verliefen die Wahlen in Istanbul und Ankara. Bei einem Treffen über die Kandidatenwahl für die Stadtwahlen in Istanbul wurde Murat Kurum genannt. Wir werden Murat Kurum wählen. Sie sagten, wir sollten daran arbeiten. Vor fünf Jahren hätte entschieden werden müssen, wer bei diesen Wahlen kandidiert. Hat Murat Kurum Kommunikationsfähigkeiten? Mögen ihn die Parteien in der Region? Wollen sie ihn? Gibt es diese Interaktion oder nicht? Es ist unvermeidlich, dass es Probleme mit seinen Untergebenen gibt. Schützt er sie bei Problemen mit seinen Untergebenen? Liebt er sie? Wird er wütend? Nimmt er Rache? Diese sollten betrachtet werden und die Anhänger werden ihn danach beurteilen, ob er ihnen gegenüber großzügig ist. Aber wenn jemand die Führung der Partei übernimmt, wird die Frage aufkommen, wie sein Verhalten uns gegenüber sein wird. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Dass Hakan Fiedern nicht in der AKP, Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, ist zeigt, dass dies eine Bedingung ist, die noch nicht erfüllt wurde. Als zweite Voraussetzung wird die Kommunikationsfähigkeit genannt. Wenn wir uns die Twitter-Seite von Hakan Fiedern ansehen, sehen wir, dass er derzeit der derzeitige Außenminister ist und ungefähr 800.000 Follower hat. Wenn wir uns sein Instagram-Konto ansehen, sehen wir, dass er 350.000 Follower hat. Als ich auf TikTok nach ihm suchte, konnte ich keine Seite finden, die ihm gehört. Hier könnten einige von Ihnen sagen, dass er der Geheimdienstchef ist. Ja, das ist natürlich normal. Wirklich. Tatsächlich. Ebenso muss der Außenminister, also der Außenminister, maßvolle und korrekte Erklärungen abgeben. Denn er spricht über zwischenstaatliche Beziehungen. Es ist kein einfaches Gespräch. Wenn ich den Präsidentschaftswahlprozess leite, wird es einige Regeln geben, die beachtet werden müssen. Sagen wir mal, ich bin draußen Autofahren? Ich muss mich an die Verkehrsregeln halten. Also, hier werden die Leute und die Jugendlichen nicht sagen, dass er hier der Außenminister war oder so. Seine frühere Position als Geheimdienstchef und seine jetzige Position als Außenminister waren Positionen, die ihn daran hinderten, zu sprechen und zu kommunizieren. Bisher hindert ihn seine Position als Außenminister weiterhin daran, zu sprechen und zu kommunizieren. Daher bleiben zwei Themen übrig. Diese sind, dass er aus der Courage-Gruppe stammt und insbesondere den Kommunikationsprozess mit jungen Männern und Frauen, die 18 Jahre alt geworden sind, führt. Denn in einem Jahr werden sie diejenigen sein, die bestimmen, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt. Die dritte Option für die Präsidentschaft ist der bekannte Selçuk Bayraktar. Er hat auch in der Flugzeugproduktion große Erfolge erzielt und das haben wir alle gesehen. Selçuk Bayraktar hat mit den von ihm produzierten Flugzeugen das Spiel in der Region verändert. Selçuk Bayraktar hat eine militärische Macht, Flugzeuge. Denn wenn er Präsident der Türkei wird und eine militärische Gruppe auf die Straße geht, werden Flugzeuge in Aktion treten und dies verhindern. Das bedeutet, dass er über diese militärische Macht verfügt. Zweitens war wichtig, dass er Risiko eingehen hat. Selçuk Bayraktar ist seit über 30 Jahren eine Person, die gegen den tiefen Staat gekämpft hat. Er hat es geschafft, ihn zu besiegen und die Waffenproduktion durchzuführen. Das bedeutet, dass er die Bedingungen erneut erfüllt hat. Selçuk Bayraktar verfügt auch über Kommunikationsfähigkeiten. Auf Facebook hat er 1 Millionen Follower. Millionen Follower. Millionen Follower. Das ist eine bescheidene Zahl. Auf seinem Twitter-Konto hat er 3 Millionen Follower. Wenn er Präsident werden will, muss er aktiver sein. Auf seinem Instagram-Konto hat er etwa 3 Millionen Follower. Aber Selçuk Bayraktar hat zwei Probleme. Er ist nicht von der Kurisch-Partei, kein Mitglied der Regierungspartei. Er wird am Wahltag nicht in die Regierungspartei eintreten. Das zweite Problem Selçuk Bayraktar, dass er der Tochterpräsident Erdogan verheiratet. Daher verliert, wenn er er kandidiert. Denn man wird ihn so betrachten, als ob er die Führung als Erbe übernimmt. Heute sagt das türkische Volk, dass Muawiyah das Kalifat an Yazid vererbt hat. Man muss wissen, Muslime jener Zeit nicht dachten, Muawiyah vererbte Kalifat an Yazid. Behauptungen, Yazid war sündiger Mensch. Alkohol trank. Imam Hussein tötete sind Erfindungen. Zu Zeiten von Imam Ali waren zwei Gefährten, Az-Zubayr und Talha ibn Ubaidullah. Niemand hat gesagt, dass Ali sie getötet hat. Aber leider werden wir von schiitischer Rhetorik regiert. Imam Ali seit der Ermordung dieser beiden Gefährten und Yazid seit der Ermordung von Imam Hussein. Was ist also gemeint? Wenn Selçuk Bayraktar jetzt kandidiert, wird er entweder unterdrückt, oder es wird so betrachtet, als ob er die Führung als Erbe übernimmt. Daher wäre es richtiger, wenn er nach einer Amtszeit von Erdogan kandidiert. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.